stand schon mehrere minuten ohne ein wort zu sagen da und auch tschitschikow konnte noch immer kein gespräch beginnen da ihn das bild des hausherrn und der dinge die das zimmer füllten ablenkte lange konnte er keine worte finden um den grund seines besuches darzulegen er war schon im begriff sich in dem sinne zu äußern dass er nachdem er so viel von der tugend und den seltenen herzenseigenschaften bluschkins gehört es für seine pflicht gehalten habe ihm persönlich seine hochachtung zu bezeugen er besann sich aber noch rechtzeitig und sagte sich dass es doch zu viel des guten wäre nachdem er noch einmal alles was im zimmer war mit einem blicke gestreift hatte fühlte er daß die worte tugend und seltene herzenseigenschaften mit erfolg durch die worte sparsamkeit und ordnung ersetzt werden konnten er modelte seine rede dementsprechend um und sagte daß er nachdem er von der sparsamkeit und der seltenen kunst bluschkins seine güter zu verwalten gehört es für seine pflicht gehalten habe ihn kennen zu lernen und ihm persönlich seine hochachtung auszusprechen natürlich hätte er wohl auch einen anderen besseren vorwand erfinden können aber es wollte ihm nichts anderes einfallen bluschkin murmelte darauf etwas durch die lippen zähne hatte er keine mehr was er sagte ist unbekannt der sinn war aber wohl folgender hol dich der teufel mit deiner hochachtung da aber die gastfreundschaft bei uns so allgemein üblich ist hatte auch der geizhals nicht die kraft wieder die sitte zu handeln darum fügte er etwas deutlicher hinzu ich bitte ergebenst platz zu nehmen schon lange habe ich keine gäste bei mir gesehen sagte er offen gestanden sehe ich auch nicht viel nutzen von den gästen die leute haben die dumme sitte eingeführt sich gegenseitig zu besuchen während die wirtschaft in verfall gerät außerdem muss man auch noch ihren pferden heu geben ich habe schon längst zu mittag gegessen meine küche ist niedrig und schlecht gebaut der schornstein ist ganz verfallen wenn man heizt kann leicht eine feuersbrunst entstehen so stehen die sachen dachte sich tschitschikow es ist gut daß ich bei ssobakewitsch einen käsekuchen und ein stück hammellende gegessen habe und dann so furchtbar dumm kein bisschen heu in der ganzen wirtschaft fuhr pluschkin fort wie soll man sich auch vorräte davon anlegen der landbesitz ist klein die bauern sind faul sie arbeiten nicht und denken nur an die brandweinschenke wie leicht kann es passieren dass ich auf meine alten tage noch betteln gehen muss man hat mir aber gesagt bemerkte tschitschikow bescheiden daß sie mehr als tausend seelen besitzen wer hat ihnen das gesagt sie sollten dem in die augen spucken der ihnen solches gesagt hat das war wohl ein spaßvogel der sich über sie lustig machen wollte von tausend seelen reden die leute wenn man aber nachzählen wollte so würde man so gut wie keine finden in den letzten drei jahren ist mir eine ganze menge von bauern an dem verdammten fieber eingegangen was sie nicht sagen sind wirklich viele gestorben fragte tschitschikow teilnahmsvoll ja viele kamen auf den friedhof und darf ich fragen wie viele an die achtzig seelen nein wirklich ich werde doch nicht lügen väterchen gestatten sie noch die frage sie meinen doch die seelen die nach der einreichung der letzten revisionslisten gestorben sind dafür würde ich noch gott danken sagte bluschkin seit jener zeit werden es sogar an die hundertzwanzig sein tatsächlich ganze hundertzwanzig rief tschitschikow und machte sogar vor erstaunen den mund auf ich bin zu altväterchen um zu lügen das siebzigste jahr lebe ich schon auf der welt sagte bluschkin er schien durch den beinahe freudigen ausruf tschitschikows verletzt auch tschitschikow sah jetzt ein daß diese teilnahmslosigkeit gegen ein fremdes unglück unschicklich war darum seufzte er und sprach bluschkin sein beileid aus das beileid kann man doch nicht in die tasche stecken sagte bluschkin hier in meiner nähe wohnt ein hauptmann der teufel weiß wo er hergekommen ist er behauptet mein verwandter zu sein immer sagt er onkelchen onkelchen und küsst mir die hand wenn er aber mit seinem beileid kommt so heult er so daß man sich die ohren zuhalten muß ist ganz rot von gesicht hat wohl den schnaps für sein leben gern er hat sein ganzes geld verputzt als er noch offizier war oder eine schauspielerin hat es ihm herausgelockt darum kommt er jetzt mit seinem beileid tschitschikow bemühte sich ihm klar zu machen dass sein beileid ganz anders als das des hauptmanns sei und dass er es nicht mit leeren worten sondern durch die tat beweisen wolle ohne weitere umschweife erklärte er sich unverzüglich bereit für alle bauern die auf eine so unglückliche weise gestorben waren aus eigener tasche die abgaben zu entrichten dieser vorschlag versetzte bluschkin in höchstes erstaunen er glotzte ihn lange an und fragte zuletzt waren sie vielleicht im militärdienst väterchen nein entgegnete tschitschikow nicht ohne list ich war nur im zivildienste im zivildienste wiederholte bluschkin und begann die lippen zu bewegen als ob er etwas kaute wie ist es nun das wäre doch ein faden für sie um ihnen ein vergnügen zu bereiten bin ich auch bereit den schaden auf mich zu nehmen ach väterchen ach wohltäter rief bluschkin aus und merkte in seiner freude gar nicht daß aus seiner nase auf eine wenig malerische weise eine prise schnupftabak wie dicker kaffee hervorquoll und daß die schöße seines schlafrocks aufgingen und eine unterwäsche zeigten die nicht gerade anständig aussah was haben sie mir armem greis für eine freude erwiesen ach du lieber gott ihr heiligen weiter kam bluschkin nicht aber nach kaum einer minute war diese freude die so plötzlich sein hölzernes gesicht erleuchtet hatte schon wieder ebenso plötzlich verschwunden als wäre sie überhaupt nicht gewesen und sein gesicht nahm wieder den besorgten ausdruck an er wischte sich sogar das gesicht mit dem taschentuch ab ballte dann letzteres zusammen und fuhr sich damit über die oberlippe wie ist es nun mit verlaub nehmen sie es mir nicht übel werden sie die abgaben für sie alljährlich mir oder an die staat kasse bezahlen und das wollen wir so machen wir schließen über die seelen einen kaufvertrag ab als ob sie lebende wären und als ob sie sie mir verkauften ja einen kaufvertrag sagte bluschkin nachdenklich und begann wieder mit den lippen zu kauen so ein kaufvertrag ist ja gleich mit ausgaben verbunden die beamten sind heute ganz gewissenlos früher war die sache mit einem halben rubel in kupfer und einem sack mehl abgetan heute aber muss man ihnen einen ganzen wagen graupen schicken und noch einen roten zehn rubelschein dazugeben diese geldgier ich verstehe gar nicht warum niemand dagegen etwas unternimmt man könnte ja so einem beamten ein göttliches wort sagen so ein wort dringt schließlich in jedes herz man mag sagen was man will aber einem göttlichen wort kann doch kein mensch widerstehen du wirst ihm wohl widerstehen dachte sich tschitschikow und erklärte gleich darauf daß er aus achtung für bluschkin sogar bereit sei die kosten des kaufvertrages auf sich zu nehmen als bluschkin hörte daß der gast auch die kosten des kaufvertrages auf sich nehmen wollte sagte er sich daß er wohl sehr dumm sei und sich nur so stelle als sei er im zivildienst gewesen in wirklichkeit hätte er als offizier gedient und schauspielerinnen den hof gemacht dabei konnte er aber seine freude doch nicht verbergen und wünschte alles tröstliche nicht nur ihm allein sondern auch seinen kinderchen ohne sich erst zu erkundigen ob er überhaupt welche habe dann trat er ans fenster trommelte mit den fingern auf die scheibe und rief proschka nach einer weile hörte man wie jemand in den flur gelaufen kam und dort lange mit den stiefeln klopfte endlich ging die türe auf und ins zimmer trat proschka ein etwa dreizehnjähriger junge in so großen stiefeln daß sie ihm beim gehen beinahe von den füßen fielen es sei gleich hier mitgeteilt warum proschka so große stiefel anhatte bluschkin besaß für sein gesamtes hausgesinde nur ein einziges paar stiefel das sich immer im flur befinden mußte ein jeder der in die herrschaftlichen gemächer berufen wurde mußte erst barfuß durch den ganzen hof tanzen im flur aber zog er die stiefel an und betrat in diesen das zimmer wenn er wieder ging ließ er die stiefel im flur stehen und legte den weiteren weg auf seinen natürlichen sohlen zurück wenn man im herbste besonders um die zeit der morgenfröste zum fenster hinausblickte sah man das ganze gesinde solche sprünge durch den hof machen wie sie auch dem geübtesten theatertänzer kaum gelingen schauen sie sich nur dieser fratze an väterchen sagte bluschkin zu tschitschikow mit dem finger auf proschka zeigend er ist dumm wie ein stück holz wenn man aber etwas liegen läßt so stiehlt er es ihm nu nun was bist du hergekommen dummkopf sag was bist du gekommen darauf schwieg er eine weile was proschka gleichfalls mit schweigen beantwortete setz mal den samovar auf hörst du und nimm diesen schlüssel gib ihn der mavra sie soll in die speisekammer gehen dort liegt auf dem brett ein zwieback vom stollen den alexandra stepanovna mitgebracht hat diesen zwieback soll sie zum see bringen wart wo willst du schon hin esel ach bist du ein esel dir steckt wohl der teufel in den füßen hör erst was man dir sagt der zwieback ist oben wohl etwas verschimmelt also soll sie ihn mit dem messer abkratzen die krümel soll sie aber nicht wegwerfen sondern in den hühnerstall tragen pass auf bruder dass du mir nicht selbst in die speisekammer gehst sonst kriegst du etwas mit birkenruten du weißt schon zum appetit du hast auch schon jetzt einen guten appetit der soll noch besser werden versuch nur in die speisekammer zu gehen ich werde zum fenster hinausschauen man kann den leuten in nichts trauen wandte er sich an tschitschikow als proschka mit seinen stiefeln verschwunden war darauf begann er auch seinen gast argwöhnisch zu mustern dessen geradezu unerhörte großmut kam ihm unwahrscheinlich vor und er dachte sich da soll sich der teufel auskennen vielleicht prahlt er nur wie alle diese verschwender er lügt und lügt nur um die zeit zu verbringen und ein glas tee zu bekommen und dann fährt er wieder fort darum sagte er aus vorsicht und zugleich um tschitschikow zu prüfen daß es gut wäre den kaufvertrag möglichst bald abzuschließen auf das menschenleben sei doch kein verlaß heute lebt der mensch was aber mit ihm morgen geschieht das weiß gott allein tschitschikow erklärte sich bereit die sache augenblicklich abzuschließen und bat nur um eine liste aller bauern dies beruhigte pluschkin es war ihm anzusehen daß er etwas vorhatte und in der tat er nahm den schlüsselbund ging mit ihm zum schrank kramte lange zwischen den gläsern und tassen herum und erklärte schließlich jetzt finde ich ihn nicht ich hatte einen wunderbaren liqueur wenn die leute ihn nur nicht ausgesoffen haben es sind ja lauter diebe da habe ich ihn tschitschikow erblickte in seinen händen ein fläschchen das so verstaubt war daß es in einer wolljacke zu stecken schien meine selige hat ihn selbst gemacht fuhr pluschkin fort die haushälterin diese betrügerin hat sich um ihn nicht gekümmert und ihn nicht mal zugekorkt die kanalie allerlei gewürm und sonstiger dreck hatte sich drin angesammelt aber ich habe alles herausgenommen und nun ist der liqueur wieder rein ich will ihnen ein gläschen einschenken tschitschikow beeilte sich aber auf diesen feinen liqueur zu verzichten und erklärte daß er schon gegessen und getrunken habe so schon gegessen und getrunken sagte ja natürlich einen mann aus der guten gesellschaft erkennt man überall er ist nicht ist aber immer satt aber so einen windbeutel und schwindler kann man ewig füttern wenn der hauptmann gefahren kommt so sagt er gleich onkelchen sagt er geben sie mir etwas zu essen dabei bin ich ebenso sein onkel wie er mein großvater ist bei sich zu hause hat er wohl nichts zu essen darum treibt er sich herum sie brauchen also eine liste von all diesen tagedieben gewiß ich habe sie schon einmal so gut ich's konnte auf einen eigenen zettel geschrieben um sie bei der nächsten revision streichen zu lassen pluschkin setzte sich die brille auf und begann in den papieren herum zu kramen indem er einen pack nach dem anderen aufschnürte traktierte er seinen gast mit solchen staubwolken dass dieser niesen musste schließlich holte er einen zettel hervor der auf beiden seiten eng beschrieben war die bauernnamen saßen darauf wie die fliegen es waren allerlei namen darunter ein paramornev ein pimienov und ein pantelemanov selbst ein gewisser grigori dajezajnje dajezisch kommst niemals an war darunter im ganzen waren es über hundertzwanzig namen als tschitschikow diese zahl sah lächelte er zufrieden er steckte den zettel in die tasche und erklärte bluschkin daß er zum abschluß des kaufvertrages in die stadt werde fahren müssen in die stadt wie mache ich es nur wie soll ich das haus ohne aufsicht lassen alle meine leute sind entweder diebe oder spitzbuben an einem einzigen tage bestiehlen sie mich so daß nicht mal ein nagel übrig bleibt an dem ich meinen rock aufhängen könnte haben sie denn keinen bekannten in der stadt einen bekannten alle meine bekannten sind entweder tot oder wollen mich nicht mehr kennen ach ja väterchen gewiss habe ich einen bekannten rief er aus ich kenne ja den kammervorsitzenden vor vielen jahren pflegte er mich sogar zu besuchen wie sollte ich den nicht kennen wir sind doch an der gleichen krippe aufgewachsen sind zusammen über die zäune geklettert wie sollte ich den nicht kennen einen besseren bekannten gibt's ja gar nicht soll ich ihm vielleicht einen brief schreiben natürlich schreiben sie ihm einen brief gewiß ein guter bekannter von mir in der schule waren wir freunde über das hölzerne gesicht pluschkins glitt plötzlich ein warmer strahl es war kein gefühl sondern nur eine blasse spiegelung eines gefühls die erscheinung erinnerte an das unerwartete auftauchen eines ertrinkenden auf der wasseroberfläche daß einen freudigen aufschrei in der menge die sich am ufer drängt auslöst doch vergebens werfen die erfreuten brüder und schwestern einen strick aus und warten ob nicht wieder der rücken und die im kampf ermüdeten arme zum vorschein kommen es war sein letztes auftauchen alles ist stumm und noch schrecklicher und öder wird die stille oberfläche des gleichgültigen elements so wurde auch das gesicht pluschkins nachdem der abglanz eines gefühls darüber gehuscht war noch gefühlloser und hölzerner da hat auf dem tische ein bogen reines papier gelegen sagte er ich weiß nicht wo es hingekommen ist alle meine leute taugen nichts hierauf suchte er unter dem tische und auf dem tische wühlte überall herum und rief schließlich mavra mavra auf den ruf erschien eine frau mit einem teller in der hand auf dem der dem leser schon bekannte zwieback lag zwischen den beiden wickelte sich folgendes gespräch ab räuberin wo hast du das papier hingetan bei gott herr ich habe kein papier gesehen außer dem stückchen mit dem sie das schnapsglas zugedeckt haben ich sehe es dir ja an den augen an daß du es gestohlen hast wozu sollte ich es stehlen was hätte ich davon ich kann ja gar nicht schreiben du lügst du hast es zum jungen küster hingetragen der versteht zu schreiben darum hast du es ihm gegeben wenn der küster papier braucht so kann er sich selbst welches verschaffen ihr papier hat er nicht vor die augen bekommen warte nur warte beim jüngsten gericht werden dich die teufel schon mit glühenden eisen zwicken du wirst es sehen wie sie dich zwicken werden was werden sie mir tun wenn ich den bogen nicht mal angerührt habe jede andere weibliche schwäche kann man mir eher vorwerfen aber diebstahl hat mir noch niemand vorgeworfen die teufel werden dich aber zwicken sie werden sagen das hast du dafür du spitzbübin dass du deinen herrn betrogen hast und sie werden dich mit den glühenden eisen zwicken und ich werde darauf sagen ich habe es nicht verdient bei gott ich habe es nicht verdient ich habe das papier nicht angerührt da liegt es ja auf dem tisch immer machen sie mir unverdiente vorwürfe pluschkin erblickte tatsächlich das papier und hielt für eine weile inne er kaute mit den lippen und sagte was bist du so aus dem häuschen geraten so ein frauenzimmer wenn man ihr bloß ein wort sagt gibt sie gleich zehn zur antwort geh bring mir feuer damit ich den brief versiegeln kann warte du wirst wohl eine talgkerze nehmen talg schmilzt leicht das licht verbrennt und es bleibt nichts übrig und ich habe nur schaden davon bring mir lieber einen kienspan mavra ging pluschkin setzte sich aber in den sessel ergriff die feder und drehte das blatt lange hin und her um festzustellen ob sich nicht die hälfte davon ersparen ließe schließlich kam er zur überzeugung dass es doch nicht ging er tauchte die feder in das tintenfaß mit einer verschimmelten flüssigkeit und einer menge von fliegen auf dem grunde und begann zu schreiben er malte buchstaben die an musiknoten gemahnten hemmte fortwährend den schwung in den seine hand geraten war setzte dicht zeile an zeile und dachte nicht ohne bedauern daran daß doch noch ein leerer raum übrig bleiben mußte konnte denn ein mensch zu einer solchen hässlichen kleinlichkeit herabsinken konnte er sich so verändern ist das überhaupt wahrscheinlich alles ist wahrscheinlich alles kann aus dem menschen werden der begeisterte jüngling von heute würde entsetzt zurückprallen wenn man ihm sein altersbild vorhalten wollte nehmt darum wenn ihr aus den sanften jünglingsjahren in das raue härtende mannesalter tretet alle menschlichen regungen mit lasset nichts unterwegs liegen ihr werdet es später nicht mehr auflesen können drohend und schrecklich ist das nahende alter und es wird euch nichts zurückgeben das grab ist barmherziger auf dem grabsteine steht geschrieben hier ruht ein mensch doch nichts ist auf den kalten gefühllosen zügen des unmenschlichen greisenalters zu lesen haben sie vielleicht zufällig einen freund fragte pluschkin den brief zusammenfaltend der entlaufene seelen brauchen könnte haben sie denn auch entlaufene seelen fragte tschitschikow wieder zur besinnung kommend was ist es eben daß ich welche habe mein schwiegersohn ist der sache nachgegangen und sagt daß die leute spurlos verfunden sind er ist aber ein militär und versteht nur mit den sporen herum zu springen wenn es aber gilt sich beim gericht zu bemühen wieviel solche seelen haben sie es werden wohl auch an die siebzig stück sein nein wirklich bei gott jedes jahr laufen mir welche davon die leute sind furchtbar gefräßig und haben sich vor lauter nichts tun das fressen angewöhnt ich habe aber selbst fast nichts zu essen für diese seelen würde ich jeden preis nehmen empfehlen sie es doch ihrem freunde wenn er bloß zehn stück von den entlaufenen seelen einfängt so hat er eine hübsche summe verdient eine seele gilt doch heute fünfhundert rubel nein davon soll der freund nichts zu riechen bekommen sagte sich tschitschikow und erklärte plushkin daß er einen solchen freund nicht habe daß die gerichtskosten alles aufzehren würden man lasse dem gerichtsbeamten lieber seine beiden rockschöße zurück und mache daß man weiterkomme wenn aber plushkin sich tatsächlich in einer so bedrängten lage befinde so sei er aus bloßer teilnahme bereit für diese seelen einen preis zu bieten das sei aber eine solche bagatelle daß es sich darüber nicht zu reden verlohne wie viel würden sie denn geben fragte plushkin seine hände zitterten vor habgier wie quecksilber ich würde fünfundzwanzig kopeken für die seele zahlen wie kaufen sie gegen bar ja ich zahle sofort väterchen meiner armut wegen könnten sie mir wirklich vierzig kopeken pro stück zahlen verehrtester sagte tschitschikow nicht nur vierzig kopeken fünfhundert rubel würde ich ihnen gern zahlen mit vergnügen würde ich sie ihnen zahlen denn ich sehe daß ein ehrwürdiger guter greis wegen seiner gutmütigkeit solche not leidet so ist es bei gott bei gott es ist wahr sagte plushkin indem er den kopf hängen ließ und ihn traurig schüttelte alles kommt von meiner gutmütigkeit nun sehen sie es ich habe ihren charakter im nu erfasst warum sollte ich nicht auch 500 rubel für die seele geben aber ich habe kein vermögen wenn sie wollen kann ich noch fünf kopeken zulegen so dass jede seele auf 30 kopeken zu stehen kommt nun väterchen wie sie wollen legen sie wenigstens noch zwei kopeken dazu zwei kopeken will ich gerne zulegen wie viele seelen haben sie im ganzen sie sprachen glaube ich von 70 stück nein es werden im ganzen 78 sein 78 78 zu 32 kopeken pro seele das macht unser held dachte kaum mehr als eine sekunde nach und erklärte plötzlich das macht 24 rubel 96 kopeken er war sehr stark im kopfrechnen er ließ sich sofort von plushkin eine quittung ausstellen und gab ihm das geld das jener mit beiden händen so vorsichtig zum sekretär trug als ob es eine flüssigkeit wäre von der er keinen tropfen verschütten wollte als er vor dem sekretär stand sah er sich das geld noch einmal an und legte es ebenso vorsichtig in eines der fächer in dem es dem gelde wohl beschieden war begraben zu sein bis pierkarb und pierpolikarp die beiden geistlichen des dorfes ihn selbst begraben würden zur unbeschreiblichen freude des schwiegersohnes und der tochter vielleicht auch des hauptmannes der sich für seinen verwandten ausgab nachdem plushkin das geld verschlossen hatte setzte er sich in den sessel und schien keinen neuen gesprächsstoff finden zu können wie sie wollen schon aufbrechen fragte er als er tschitschikow eine kleine bewegung machen sah dieser wollte aber nur sein taschentuch hervorholen diese frage erinnerte tschitschikow daran daß er hier tatsächlich nichts mehr zu suchen hätte ja es wird zeit sagte er nach seinem hute greifend und der tee nein den tee trinke ich lieber ein anderes mal fade ich habe ja schon den samovar aufsetzen lassen offen gestanden ich bin kein liebhaber von tee das getränk ist teuer und auch der zuckerpreis ist wahnsinnig gestiegen broschka wir brauchen keinen samovar den zwieback bringst du der mavra zurück hörst du sie soll ihn an die gleiche stelle legen oder nein gib ihn her ich will ihn selbst hintragen leben sie wohl väterchen gott segne sie den brief geben sie aber dem kammervorsitzenden ja soll er ihn nur lesen er ist ja mein alter bekannter gewiß wir sind doch an der gleichen krippe aufgewachsen hierauf begleitete ihn diese seltsame erscheinung dieses eingeschrumpfte alte männchen vor das tor und befahl das letztere sofort zu schließen dann machte er eine runde durch alle vorratskammern um sich zu vergewissern ob alle wächter an ihren plätzen seien an jeder ecke musste so ein wächter stehen und mit einer holzschaufel auf ein leeres faß statt auf ein eisenbrett trommeln darauf blickte er in die küche hinein wo er unter dem vorwande sich überzeugen zu wollen ob das essen des hausgesindes gut sei eine ordentliche portion kohlsuppe und brei verzehrte dann warf er der ganzen dienerschaft diebstahl und schlechtes betragen vor und kehrte in sein zimmer zurück als er allein geblieben war kam ihm sogar der gedanke daß er den gast für seine beispiellose großmut eigentlich hätte belohnen müssen ich werde ihm eine taschenuhr schenken sagte er sich eine gute silberne uhr nicht etwa eine aus tombag oder bronze sie ist zwar etwas verdorben aber er kann sie reparieren lassen er ist doch noch ein junger mann also braucht er eine taschenuhr um guten eindruck auf seine braut zu machen oder nein sagte er sich nach kurzer überlegung lieber vermache ich sie ihm in meinem testament damit er sich später meiner erinnert unser held war aber auch ohne die uhr in der besten stimmung dieser unerwartete kauf war ein geschenk des himmels und in der tat es waren nicht bloß tote sondern auch entlaufene seelen und im ganzen an die zweihundert stück als er sich vorhin dem dorfe bluschkins näherte hatte er schon natürlich geahnt daß da ein geschäft zu machen sei aber auf so ein vorteilhaftes geschäft hatte er gar nicht gerechnet während der ganzen fahrt war er ungewöhnlich lustig er pfiff und trompetete indem er sich eine faust vor die lippen hielt schließlich stimmte er ein so ungewöhnliches lied an daß selifan nach längerem zuhören leicht den kopf schüttelte und sagte wie der herr heute singt es war schon recht dunkel als sie die stadt erreichten licht und schatten waren gänzlich vermischt und auch alle gegenstände schienen durcheinander geraten der bunt gestreifte schlagbaum sah höchst unbestimmt aus der schnurrbart des wachpostens schien auf der stirne viel höher als die augen zu sitzen und von der nase war überhaupt nichts zu sehen das dröhnen und poltern gab zu erkennen daß der wagen schon über das straßenpflaster rollte die straßenlaternen brannten noch nicht nur hier und da waren einzelne fenster erleuchtet und in den neben und quergassen spielten sich szenen ab die diese stunde in allen städten begleiten wo es viele soldaten fuhrleute arbeiter und die eigenartigen weiblichen wesen gibt die in roten schals in schuhen ohne strümpfe an den straßenecken wie die fledermäuse herumschwirren tschitschikow sah sie aber nicht und bemerkte nicht mal die vielen mageren beamten mit den stöckchen in der hand die wohl vom abendspaziergang vor der stadt heimkehrten ab und zu schlugen nur einzelne wohl von frauenlippen kommende rufe an sein ohr du lügst säufer niemals habe ich ihm eine solche gemeinheit erlaubt oder rühr mich nicht an rohling komm nur aufs revier dort werde ich es dir schon zeigen mit einem worte lauter rufe die auf einen in gedanken versunkenen zwanzigjährigen jüngling der aus dem theater kommt und eine spanische straße eine nacht und ein herrliches frauenbild mit locken und einer gitarre im kopfe trägt wie kochendes wasser wirken was schwebt nicht alles in seinem kopfe er ist im himmel er weilt bei schiller zu besuch und plötzlich hört er dicht vor sich die verhängnisvollen worte und sieht sich auf die erde sogar auf den heumarkt sogar vor eine schenke versetzt und wieder prangt vor ihm das alltagsleben endlich machte der wagen einen ordentlichen sprung und sank wie in eine grube in das tschitschikow wurde von petruschka empfangen der mit der einen hand die schöße seines rockes zusammenhielt weil er nicht liebte daß sie aufgingen und mit der anderen seinem herrn aus dem wagen half auch der pallavoy kam mit einer kerze in der hand und einer serviette über der schulter herausgelaufen ob petruschka sich über die rückkehr seines herrn freute ist unbekannt er wechselte jedenfalls mit selifan einen blick und seine sonst finstere miene schien sich ein wenig aufzuheitern lange waren sie fort sagte der pallavoy ihm auf der stiege leuchtend ja sagte tschitschikow als er schon oben war und wie geht es dir gottlob sagte der pallavoy mit einer verbeugung gestern ist irgendein leutnant angekommen hat nummer sechzehn besetzt ein leutnant man weiß nicht wer er ist er kommt aus rizan und hat braune pferde schön schön führ dich auch in zukunft gut auf sagte tschitschikow indem er in sein zimmer trat als er das vorzimmer passierte verzog er die nase und sagte zu petruschka wenn du doch wenigstens etwas gelüftet hättest ich habe wohl gelüftet sagte petruschka aber das war eine lüge auch der herr wußte übrigens daß es gelogen war wollte aber nichts mehr sagen nach der langen reise spürte er große müdigkeit nachdem er ein ganz leichtes abendessen das bloß aus einem spanferkel bestand zu sich genommen hatte zog er sich sofort aus schlüpfte unter die bettdecke und schlief so wunderbar ein wie nur die glücklichen zu schlafen pflegen die nichts von hämorrhoiden von flöhen und allzu starken geistigen regungen wissen abschnitt 13 von die toten seelen von nikolaj wassilewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil siebentes kapitel eins glücklich der reisende der nach einer langen langweiligen reise mit ihrer kälte ihrem schmutz und ihrer nässe mit den verschlafenen stationsaufsehern dem schellen gebimmel den reparaturen kutschern schmieden und sonstigen schuften jeder art mit denen man unterwegs zu tun hat endlich das bekannte dach mit den ihm entgegenleuchtenden flammen erblickt schon sieht er die vertrauten zimmer hört die freudigen schreie der ihm entgegenlaufenden dienstboten den lärm und das gerenne der kinder und das beruhigende sanfte zwiegespräch unterbrochen von glühenden küssen die die kraft haben alles traurige aus der erinnerung zu tilgen glücklich der familienvater der solch ein obdach besitzt doch wehe dem jungen gesellen glücklich der dichter der sich an den langweiligen abstoßenden durch ihre traurige wirklichkeit erdrückenden charakteren vorbei solchen charakteren nähert die die hohe würde des menschen offenbaren der aus dem großen sumpfe der täglich abwechselnden gestalten sich nur einige seltene ausnahmen erwählt hat der der erhabenen harmonie seiner leier kein einziges mal untreu geworden der niemals von seiner höhe zu seinen armen elenden brüdern herabgestiegen ist und ohne die erde zu berühren sich ganz seinen dem irdischen entrückten erhabenen gestalten hingeben darf doppelt beneidenswert ist sein schönes los er ist unter seinen gestalten wie im kreise seiner familie sein ruhm schallt aber dabei laut in alle ferne er hat mit berauschendem räucherwerk die menschenaugen bezaubert er hat den menschen wunderbar geschmeichelt indem er alles was im leben traurig ist vor ihnen verheimlicht und ihnen nur den schönen menschen gezeigt hat alles folgt händeklatschend seinem triumphwagen man nennt ihn einen großen weltberühmten dichter der über allen anderen dichtern der welt schwebt wie ein adler über anderen hochfliegenden schon sein name allein lässt die jungen leicht entzündlichen herzen erzittern tränen des verständnisses blinken ihm von jeder wimper entgegen niemand gleicht ihm an macht er ist wie ein gott doch anders ist das los eines dichters der sich erfrecht hat all das herauf zu beschwören was der mensch immer vor augen hat was aber die gleichgültigen augen nicht sehen den ganzen erschreckenden und erschütternden schlamm der kleinlichkeiten von denen unser leben umstrickt ist die ganze tiefe der kalten zersplitterten alltagscharaktere von denen unser zuweilen bitterer und langweiliger lebensweg wimmelt der sich erkühnt hat durch die kraft seines unerbittlichen meißels sie grell und plastisch allen vor augen zu führen er erntet keinen beifallssturm des volkes er bekommt weder dankbare tränen noch das einmütige entzücken erschütterter seelen zu sehen ihm fliegt keine sechzehnjährige mit schwindelnden sinnen in heroischer verzückung entgegen er wird sich nie im süßen klange der von ihm selbst geweckten töne vergessen und schließlich wird er nicht dem gericht seiner zeit entgehen dem heuchlerischen und gefühllosen gericht dieser zeit dass die von ihm so zärtlich betrauten schöpfungen nichtig und gemein nennen und ihm einen elenden platz unter den dichtern einräumen wird die die menschheit verunglimpfen das ihm alle eigenschaften der von ihm geschilderten helden beilegen und ihm herz und seele und die heilige flamme des talents absprechen wird denn das gericht dieser zeit will nicht anerkennen dass die gläser die uns die sonne zeigen und solche die die bewegungen kaum sichtbarer in sekten offenbaren gleich wunderbar sind denn es will nicht anerkennen dass man eine große seelische tiefe haben muss um ein dem verächtlichen leben entronnenes bild zu beleuchten und zu einer perle der schöpfung empor zu heben denn das gericht dieser zeit will nicht anerkennen dass das hohe begeisterte lachen wohlwürdig ist neben den hohen lyrischen regungen zu stehen und dass zwischen diesem lachen und den possen eines budengauklers ein tiefer abgrund liegt das gericht dieser zeit erkennt dies alles nicht an und macht es dem nicht anerkannten dichter zum vorwurf und zur schmach ohne teilnahme ohne wiederhall ohne sympathie bleibt er allein wie ein einsamer wanderer auf seinem wege stehen hart ist das feld seiner arbeit und bitter fühlt er seine vereinsamung lange ist es mir noch von einer unfassbaren macht beschieden mit meinen seltsamen helden hand in hand zu gehen das ganze gewaltige vorbeirauschende leben zu überblicken es durch das für die welt sichtbare lachen und die für die welt unsichtbaren und unbekannten tränen zu schauen und ferne ist noch die zeit wo der mächtige sturm der begeisterung sich dem vom heiligen schauer erschütterten und glanzgekrönten haupte als ein anderer quell entringen und die welt verlegen und bebend den majestätischen donner anderer reden vernehmen wird vorwärts vorwärts fort mit den runzeln die über meine stirn gleiten fort mit der düsteren mine wollen wir auf einmal und schnell wieder ins leben mit seinem ganzen unharmonischen lärm und schellengebimmel untertauchen und sehen was tschitschikow macht tschitschikow erwachte streckte arme und beine und fühlte dass er sich gut ausgeschlafen hatte nachdem er an die zwei minuten auf dem rücken gelegen schnalzte er mit den fingern und erinnerte sich mit strahlendem gesicht dass er nun beinahe 400 seelen besaß er sprang sofort aus dem bette und betrachtete nicht einmal sein gesicht das er aufrichtig liebte und an dem ihm das kinn am anziehendsten erschien denn er prallte damit oft vor seinen freunden besonders während des rasierens schaunur pflegte er zu sagen sich das kinn streichelnd was für ein kinn ich habe es ist ganz rund jetzt blickte er aber weder das kinn noch das gesicht an sondern zog sich sofort seine mit bunten ledereinlagen verzierten safjanstiefel an mit denen die stadt tarshok infolge des hanges der russischen natur zur bequemlichkeit so schwunghaften handel treibt und vollführte auf schottische manier nur mit einem kurzen hemde bekleidet seine ganze würde und sein solides mittleres alter außer acht lassend zwei sprünge wobei er sich recht geschickt mit einer ferse auf den entsprechenden körperteil klatschte darauf machte er sich unverzüglich an die arbeit vor der schatulle stehen trieb er sich die hände mit dem gleichen behagen mit dem es der unbestechliche landrichter zu tun pflegt der zu einer voruntersuchung hinausgefahren ist und vor den tisch mit dem imbis tritt und holte sofort die nötigen papiere hervor er wollte die sache so schnell als möglich erledigen er faßte den entschluß die kaufverträge selbst aufzusetzen und ins reine zu schreiben um den gerichtsschreibern nichts zahlen zu müssen die form war ihm gut bekannt schnell schrieb er mit großen buchstaben im jahre 1800 so und so viel darunter etwas kleiner der gutsbesitzer so und so und dann alles weitere in zwei stunden war alles fertig als er dann die blätter mit den namen der bauern überflog die einst wirkliche bauern gewesen die gearbeitet gepflügt gesoffen sich als fuhrleute durchgeschlagen ihre herren betrogen hatten vielleicht aber auch einfach tüchtige bauern gewesen waren bemächtigte sich seiner ein eigentümliches ihm selbst unverständliches gefühl jede der listen hatte gleichsam einen eigenen charakter was wiederum auch den bauern einen eigenen charakter verlieh die bauern die der karobotschka gehört hatten trugen sämtlich anhängsel und spitznamen die liste pluschkins zeichnete sich durch den kurzen stil aus oft standen nur die anfangs buchstaben der vor und vaters namen von je einem punkt begleitet das verzeichnis sapakewitschs fiel durch seine erstaunliche vollständigkeit und ausführlichkeit auf keine der eigenschaft der bauern blieb darin unerwähnt von dem einen hieß es ein guter tischler von einem anderen versteht seine sache und trinkt nicht bei jedem waren auch die beiden eltern erwähnt und auch das betragen der letzteren verzeichnet nur bei einem gewissen firdorter hieß es vater unbekannt mutter ist die leibeigene dirne kapitalina er ist jedoch gut von sitten und stiehlt nicht alle diese einzelheiten verliehen der liste eine eigentümliche frische es war als hätten die bauern gestern noch gelebt nachdem er die namen lange studiert fühlte er sich gerührt und sagte mit einem seufzer mein gott welche menge was habt ihr ihr teuren in eurem leben getrieben wie habt ihr euch durchgeschlagen seine augen blieben unwillkürlich auf einem familiennamen stehen es war der bekannte pyotr saveljew neuvaržaj karete der einst der gutsbesitzerin karobotschka gehört hatte und wieder konnte er sich der bemerkung nicht enthalten herrgott wie lang der ist eine ganze zeile nimmt er ein warst du ein handwerker oder einfach ein bauer und wo hat dich der tod erwischt in der schenke oder hat dich als du mitten auf der straße schliefst eine schwere fuhre überfahren stepan probka zimmermann von musterhafter nüchternheit ach so da ist ja der stepan probka der recke der für die garde taugte hast wohl mit der axt im gürtel und den stiefeln auf dem buckel alle gouvernements durchwandert hast für eine halbe kopäke brot und für eine kopäke gedörrte fische gegessen aber jedes mal an die hundert rubel im beutel heimgebracht vielleicht sogar die staatsrente in deine leinwand hose eingenäht oder im stiefel verwahrt wo hat es dich erwischt bist du vielleicht um noch mehr geld zu verdienen in die kirchenkuppel gestiegen oder sogar bis zum kreuz hinauf geklettert dort auf dem gerüst ausgeglitten und in die tiefe gestürzt während irgendein onkel michei der gerade in der nähe stand sich nur den nacken kratzte und sagte was hast du auch für pech worauf er sich selbst einen strick um den leib band und auf deinen platz kletterte maxim teleantnikov schuster ha schuster besoffen wie ein schuster sagt das sprichwort ich kenne dich ich kenne dich mein lieber wenn du willst erzähle ich dir deine ganze geschichte du warst bei einem deutschen in der lehre der euch alle aus einem topf fütterte mit dem riemen für jede nachlässigkeit auf den rücken schlug und nie auf die straße ließ damit ihr euch nicht herumtreibt so wurdest du zu einem wahren wunder von einem schuster und der deutsche konnte dich in gesprächen mit seiner frau oder einem kameraden gar nicht genug loben als aber die lehre zu ende war sagtest du nun will ich mir ein eigenes haus und geschäft gründen mach es aber nicht wie der deutsche der sich wegen jeder kopeke abquält sondern werde auf einmal reich und du zahltest deinem herrn einen reichen zins mietet es dir einen kleinen laden nahmst eine menge aufträge an und begann zu arbeiten zum drittel des preises kauftest du dir irgendwo verfaultes leder verdientest zwar an jedem stiefel die hälfte aber schon nach zwei wochen platzten alle deine stiefel und man schimpfte auf dich auf die gemeinste weise dein laden verödete du fingst zu trinken an und dich auf der straße herumzuwälzen und dabei zu sprechen schlecht ist es auf dieser welt der russe kann gar nicht leben denn die deutschen lassen ihn nicht aufkommen und was ist das da für ein bauer elisavieta vorabie pfui teufel das ist doch ein weibsbild wie kommt die her der verdammte sapakewitsch hat mich auch darin beschummelt tschitschikow hatte wirklich recht es war ein weibsbild wie sie hereingeraten war ist unbekannt sie war aber so geschickt hineingesetzt dass man sie aus der ferne für einen mann halten könnte auch stand sie mit einer männlichen endung da nicht jelisavieta sondern jelisaviet tschitschikow nahm aber keine rücksicht darauf und strich sie auf der stelle grigori kommst niemals an was warst du für ein mensch warst du ein fuhrmann hattest dir eine troika und einen bastgedeckten wagen angeschafft und dich mit den kaufleuten von jahrmarkt zu jahrmarkt geschleppt hast du irgendwo unterwegs deine seele ausgehaucht oder haben dich deine eigenen freunde wegen eines dicken und rotbackigen soldatenweibes umgebracht oder gefielen deine lederhandschuhe und die drei untersetzten doch kräftigen pferde irgendeinem waldwagerbunden allzu gut oder war es dir als du auf deiner pritsche lagst plötzlich eingefallen so ohne jeden anlaß in eine schenke einzukehren und von dort in ein im eise ausgehauenes loch zu plumpsen wo du deinen tod fandst ach du russisches volk du liebst es nicht eines natürlichen todes zu sterben und ihr meine lieben fuhr er fort indem er die liste vornahm auf der pluschkins entlaufene seelen verzeichnet waren ihr seid zwar noch am leben aber was hat man von euch ihr seid so gut wie gestorben wo tragen euch jetzt eure schnellen füße herum habt ihr es beim pluschkin so schlecht gehabt oder war es einfach euer verlangen durch die wälder zu streifen und die reisenden auszurauben sitzt ihr in gefängnissen oder gehört ihr neuen herrn und pflügt für sie die erde jeremy karyakin nikita volakita herumtreiber und sein sohn anton schon an euren namen merkt man's daß ihr gute läufer seid leibeigener popow der verstand wohl zu lesen und zu schreiben hast wohl kein messer in die hand genommen aber doch einen anständigen diebstahl begangen da hat dich aber schon ohne paß der polizeihauptmann eingefangen tapfer stehst du beim verhör wem gehörst du fragt dich der polizeihauptmann und traktiert dich bei dieser günstigen gelegenheit mit einem kräftigen wörtchen dem gutsbesitzer so und so antwortest du unverzagt und wo kommst du her fragt dich der polizeihauptmann ich bin gegen zins freigelassen antwortest du ohne zu stocken wo ist dein pass beim herrn dem kleinbürger pimenow her mit dem pimenow bist du pimenow ja ich bin pimenow hat er dir seinen pass gegeben nein er hat mir keinen pass gegeben was lügst du sagt der polizeihauptmann und lässt wieder ein kräftiges wörtchen los es stimmt antwortest du keck ich gab ihm den pass nicht weil ich spät nach hause kam ich gab ihn dem glöckner antip prochorow in verwahrung her mit dem glöckner hat er dir seinen pass gegeben nein er hat mir keinen pass gegeben was lügst du schon wieder sagt der polizeihauptmann und bekräftigt seine rede mit einem kräftigen wörtchen wo ist denn dein pass ich habe ihn gehabt sagst du schnell habe ihn aber wohl irgendwo unterwegs verloren und warum hast du den soldatenmantel gestohlen und den kasten mit dem kupfergeld beim geistlichen sagt der polizeihauptmann und beschließt die rede wieder mit einem kräftigen wörtchen zu befehl nein sagst du ohne dich zu rühren mit diebstahl habe ich noch nie etwas zu tun gehabt warum hat man dann den soldatenmantel bei dir gefunden das kann ich nicht wissen den hat wohl ein anderer hergebracht ach du bestie sagt der polizeihauptmann kopfschüttelnd und die hände in die seiten stemmend schlagt ihm die füße in den block und bringt ihn ins gefängnis bitte sehr mit vergnügen sagst du darauf du holst aus der tasche deine schnupftabaksdose traktierst freundlich die beiden invaliden die dir die füße in den block schlagen und erkundigst dich ob sie schon lange ihre militärzeit abgedient und an welchen kriegen sie teilgenommen haben und dann lebst du im gefängnis solange deine sache durch die gerichte läuft und das gericht beschließt man bringe ihn aus tsarewa kakschaisk nach dem gefängnisse der und der stadt und jenes gericht schreibt wieder man bringe ihn nach vesjegonsk und so ziehst du aus dem einen gefängnis ins andere und sagst wenn du eine neue behausung vor dir siehst nein das gefängnis von vesjegonsk war doch viel feiner dort gab's sogar für das knöchelspiel platz auch hatte man dort mehr gesellschaft abakum füirov wie steht's mit dir bruder wo treibst du dich herum bist du an die wolga geraten und hast dich in deiner sehnsucht nach einem freien leben den treidlern angeschlossen hier hielt tschitschikow inne und wurde etwas nachdenklich worüber dachte er wohl nach über das schicksal des abakum füirov oder wurde er einfach nachdenklich wie es jeder russe von jedem alter stande und vermögen wird wenn er über die lust des freien lebens nachdenkt und in der tat wo mag jetzt dieser füirov stecken er bummelt laut und lustig am getreidestapelplatz herum nachdem er sich an kaufleute verdungen hat blumen und bänder am hute vergnügt sich die ganze treidlerbande und nimmt abschied von den schlanken großgewachsenen frauen und schätzen die mit perlenschnüren und bändern geschmückt sind reigen und lieder der ganze landungsplatz brodelt während die lastträger unter lärmen schreien und schimpfen sich mit einem haken neunputschwere lasten auf den rücken laden erbsen und weizen mit großem geräusch in die tiefen schiffe schütten und säcke mit hafer und graupen schleppen den ganzen platz füllen die säcke wie kanonenkugeln zu pyramiden aufgestapelt gewaltig ragt dieses ganze getreidearsenal bis es in die geräumigen schiffe verladen ist und die unendliche flotte wie ein zug gänse zugleich mit dem frühlingseise fortschwimmt nun beginnt eure arbeit ihr treidler ebenso vereint wie ihr bisher gebummelt und über die schnur gehauen habt so werdet ihr jetzt euch an die arbeit machen und schweißtriefend das schlepptau ziehen ein lied singen das ebenso endlos ist wie russland selbst ach so schon zwölf sagte endlich tschitschikow indem er auf die uhr blickte was verliere ich so viel zeit wenn ich noch wenigstens etwas gescheites getan hätte aber ich redete nur dummes zeug und wurde dann nachdenklich was bin ich für ein narr nachdem er dies gesagt vertauschte er sein schottisches kostüm mit einem europäischen zog sein volles bäuchlein mit der schnalle fester zusammen besprengte sich mit eau de cologne nahm seine warme mütze in die hand und die papiere unter den arm und begab sich auf die zivilkammer um die kaufverträge abzuschließen er beeilte sich nicht weil er etwa zu spät zu kommen fürchtete das brauchte er nicht zu fürchten denn der kammervorsitzende war sein guter bekannter und hatte die macht die amtsstunden nach belieben zu verlängern oder abzukürzen gleich dem alten zeus homers der die tage verlängerte und die nächte schneller eintreten ließ wenn er die kämpfe seiner lieblings heroen unterbrechen oder zum abschluss bringen lassen wollte er empfand aber noch immer eine gewisse unruhe und verlegenheit ab und zu kam ihm der gedanke dass die seelen doch nicht ganz echt seien und dass es in solchen fällen immer von vorteil wäre die last möglichst schnell loszuwerden kaum war er auf die straße getreten immer noch in diese gedanken versunken und zugleich auf den schultern einen mit braunem tuch gedeckten bären schleppend als er gleich an der ersten straßenkreuzung mit einem herrn zusammenstieß der gleichfalls einen mit braunem tuch gedeckten bären schleppte und eine warme mütze mit ohrenklappen auf hatte dieser herr schrie auf es war manilow sie schlossen einander in die arme und verblieben an die fünf minuten mitten auf der straße in dieser stellung die gegenseitigen küsse waren so heftig dass beiden nachher den ganzen tag die vorderzähne schmerzten manilows gesicht nahm vor freude einen solchen ausdruck an dass die augen vollständig verschwanden und nur noch die nase und die lippen übrig blieben etwa eine viertelstunde lang hielt er tschitschikows hand mit seinen beiden händen fest und machte sie gehörig warm in den feinsten und angenehmsten wendungen erzählte er wie er herbeigeflogen sei um pawel ivanovic zu umarmen er schloss seine rede mit einem kompliment das man höchstens einem jungen mädchen zu sagen pflegt mit dem man zu tanze geht tschitschikow öffnete den mund ohne noch recht zu wissen wie er sich bedanken solle als manilow plötzlich eine mit einem rosa bändchen umwundene papierrolle aus seinem pelze hervorholte was ist denn das die bäuerlein ach so tschitschikow entfaltete das papier überflog es mit den augen und wunderte sich über die sorgfalt und schönheit der schrift es ist so schön geschrieben sagte er dass man es gar nicht ins reine zu schreiben braucht und dann diese schöne einfassung rundherum wer hat die einfassung gemacht ach fragen sie lieber nicht sagte manilow sie meine frau mein gott ich geniere mich wirklich daß ich ihnen solche mühe gemacht habe für pawel ivanovic gibt es keine zu große mühe tschitschikow verbeugte sich dankbar als manilow erfuhr daß er auf die zivilkammer ging um die kaufverträge abzuschließen erklärte er sich bereit ihn zu begleiten die freunde fassten sich unter und setzten den weg gemeinsam fort bei jeder kleinen erderhöhung bei jedem hügel und jeder stufe stützte manilow tschitschikow wobei er ihn mit der hand beinahe in die höhe hob mit einem angenehmen lächeln fügte er hinzu dass er es nicht zulassen werde dass pawel ivanovic sich seine füßchen verstauche tschitschikow genierte sich sehr und wußte gar nicht wie ihm zu danken denn er war sich seines schweren gewichtes wohl bewusst unter gegenseitigen dienstleistungen erreichten sie endlich den platz auf dem das amtsgebäude stand ein großes zweistöckiges steinernes haus so weiß wie kreide wohl um die seelenreinheit der in ihm wirkenden beamten zu versinnbildlichen die übrigen gebäude die sich auf diesem platze befanden entsprachen an größe in keiner weise dem amtsgebäude dies waren ein schilderhäuschen vor dem ein soldat mit einem gewehr stand zwei oder drei fuhrmannsbuden und schließlich lange bretterzäune mit den bekannten mit kohle oder kreide hingekritzelten inschriften und zeichnungen sonst befand sich auf diesem einsamen oder wie man sich bei uns auszudrücken pflegt schönen platze nichts aus den fenstern des ersten und zweiten stocks blickten die unbestechlichen häupter der priester der themis heraus die sofort wieder verschwanden weil wohl in diesem moment ein vorgesetzter ins zimmer trat die freunde gingen nicht sondern liefen die treppe hinauf weil chichikov um sich nicht von manilow stützen zu lassen die schritte beschleunigte und weil manilow seinerseits um chichikov nicht müde werden zu lassen vorauseilte darum keuchten die beiden schwer als sie den dunklen korridor betraten weder die gänge noch die zimmer setzten ihre blicke durch reinlichkeit in erstaunen damals war man um die reinlichkeit noch wenig besorgt und alles was schmutzig war blieb eben schmutzig ohne ein anziehendes äußere anzunehmen göttin themis empfing ihre gäste ganz wie sie war im negligee und im schlafrock eigentlich müssten wir auch die kanzleiräume beschreiben die unsere helden durchschritten der autor empfindet aber eine große scheu vor allen amts lokalitäten selbst wenn er mal zufällig diese lokalitäten in glänzender und veredelter gestalt mit lackierten fußböden und tischen zu durchschreiten hatte so machte er es immer im schnellsten tempo die augen zu boden gesenkt darum hat er auch keine ahnung davon wie dort alles blüht und gedeiht unsere helden sahen viel für konzepte wie auch für die reinschrift bestimmtes papier gesenkte köpfe breite nacken frecke und röcke vom bekannten schnitt der gouvernementsschneider und sogar eine einfache hellgraue joppe die von den anderen sehr abstach und deren träger den kopf auf die seite gebeugt und beinahe ans papier gedrückt schnell und mit schwung ein protokoll abschrieb das wohl von der beschlagnahme eines gutes handelte welches sich irgendein friedlicher gutsbesitzer der seine tage ruhig im anklagezustand verbrachte und unter diesem fremden obdache kinder und enkel gezeugt widerrechtlich angeeignet hatte ab und zu fielen kurze heisere worte fedasse fedasseic leihen sie mir bitte den akt nummer 368 immer müssen sie den stöpsel vom amtlichen tintenfasse verlegen zuweilen erklang befehlend eine majestätischere stimme die offenbar von einem vorgesetzten herrührte da schreib das ins reine sonst lasse ich dir die stiefel ausziehen und du bleibst mir hier sechs tage sitzen und kriegst nichts mehr zu essen die schreibfedern erzeugten ein lautes geräusch und es klang als führen mehrere wagen mit reisig durch einen wald wo der boden einen viertel arsch schien hoch mit trockenem laub bedeckt sei ende von abschnitt 13 gelesen von ifa k abschnitt 14 von die toten seelen von nikolai wasilewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil siebentes kapitel zwei tschitschikow und manilow gingen auf den ersten tisch zu an dem zwei jugendliche beamte saßen und fragten gestatten sie wo ist hier die abteilung für kaufverträge was wünschen sie denn fragten die beiden beamten indem sie sich umwandten ich möchte ein gesuch einreichen was haben sie denn gekauft ich möchte zuvor wissen wo die betreffende abteilung ist hier oder anderswo nein sagen sie mir zuvor was sie gekauft haben und zu welchem preis dann werden wir ihnen sagen wo diese abteilung ist sonst können wir es nicht wissen tschitschikow merkte sofort dass die beamten wie alle jungen beamten einfach neugierig waren und sich in ihrer tätigkeit mehr gewicht und bedeutung verleihen wollten hört mal meine lieben sagte er ich weiß sehr gut dass alle kaufverträge um welchen kaufpreis es sich auch handeln mag an einer stelle erledigt werden darum bitte ich euch uns die betreffende abteilung zu zeigen wenn ihr euch aber hier nicht auskennt so werden wir jemand anderen fragen die beamten gaben darauf keine antwort und der eine von ihnen zeigte bloß mit einem finger auf einen winkel wo ein alter mann vor einem tische saß und irgendwelche papiere nummerierte tschitschikow und manilow begaben sich zwischen den tischen zu ihm der alte mann war in seine arbeit mit großem fleiß vertieft gestatten sie die frage sagte tschitschikow mit einer verbeugung ist hier die abteilung für kaufverträge der alte mann hob die augen und sagte langsam nein hier ist nicht die abteilung für kaufverträge wo denn in der expedition für kaufverträge und wo ist die expedition für kaufverträge bei iwan antonowitsch und wo ist iwan antonowitsch der alte mann zeigte mit dem finger auf eine andere zimmerecke tschitschikow und manilow begaben sich zu iwan antonowitsch iwan antonowitsch hatte schon auf sie ein auge geworfen und sie von der seite gemustert doch im gleichen augenblick vertiefte er sich gleich wieder in seine schreibarbeit gestatten sie die frage sagte tschitschikow mit einer verbeugung ist hier die abteilung für kaufverträge iwan antonowitsch tat so als ob er nichts hörte er vertiefte sich in seine papiere und gab keine antwort man sah ihm gleich an dass er ein vernünftiger reifer herr war und kein junger schwätzer und leichtfuß iwan antonowitsch schien hoch in den vierzigern zu sein seine haare waren dicht und schwarz die ganze mittlere gesichtspartie trat hervor und strebte der nase zu es war eines der gesichter das man im alltagsleben mit kannenmaul zu bezeichnen pflegt darf ich fragen ist hier die abteilung für kaufverträge fragte tschitschikow ja hier sagte iwan antonowitsch indem er sein kannenmaul von ihm wegwandte und sich wieder in die schreibarbeit vertiefte ich komme mit folgender sache ich habe von einigen gutsbesitzern des hiesigen kreises bauernzwecks übersiedlung erworben die kaufverträge sind aufgesetzt sie müssen nur noch vollzogen werden sind die verkäufer zur stelle einige sind zur stelle und von den anderen liegen vollmachten vor haben sie das gesuch mitgebracht ich habe auch das gesuch mitgebracht ich möchte gern ich habe einige eile könnte man die sache nicht schon heute erledigen ja heute heute geht es nicht sagte iwan antonowitsch man muss noch erkundigungen einziehen ob den verkäufen keine gerichtlichen verfügungen im wege stehen übrigens was die beschleunigung der sache betrifft so ist iwan grigoryevich der kammervorsitzende mein guter freund iwan grigoryevich ist nicht der einzige es sind auch andere da sagte iwan antonowitsch streng tschitschikow verstand die anspielung iwan antonowitschs und entgegnete auch die anderen sollen nicht zu kurz kommen ich habe selbst gedient und kenne die sache gehen sie zu iwan grigoryevich sagte iwan antonowitsch etwas freundlicher soll er nur dem den es angeht befehl geben an uns soll es nicht fehlen tschitschikow holte aus der tasche eine banknote hervor und legte sie vor iwan antonowitsch der sie gar nicht bemerkte und sofort mit einem buche zudeckte tschitschikow wollte ihn auf die note aufmerksam machen aber jener gab ihm durch ein kopfnicken zu verstehen dass er es nicht zu tun brauchte dieser da wird sie in den sitzungssaal führen sagte iwan antonowitsch er nickte mit dem kopf und einer der anwesenden priester der themis der der göttin mit solchem eifer opferte dass seine beiden ärmel geplatzt waren und aus ihnen schon längst das unterfutter hervorquoll wofür er auch seinerzeit den rang eines kollegienregistrators erhalten hatte gesellte sich als führer zu unseren freunden wie einst vergil zu dante und führte sie in den sitzungssaal wo nur ein einziger breiter sessel stand und in diesem vor einem tische mit dem gerichtsspiegel und zwei dicken büchern einsam wie die sonne der kammervorsitzende thronte hier zeigte der neue vergil schon heilige scheu daß er es nicht wagte den fuß über die schwelle zu setzen und sofort den rücken kehrte der glatt gerieben wie eine bastecke war und an dem eine hühnerfeder klebte als sie den saal betraten sahen sie daß der vorsitzende nicht allein war an seiner seite saß ganz vom gerichtsspiegel verdeckt das erscheinen der gäste löste freudige ausrufe aus und der regierungssessel wurde geräuschvoll zurückgeschoben auch auch ssobakewitsch erhob sich von seinem platze und wurde in ganzer figur mit seinen langen ärmeln sichtbar der vorsitzende schloß tschitschikow in die arme und der saal hallte wieder von den küssen man fragte einander nach dem befinden es zeigte sich daß die beiden leichte kreuzschmerzen hatten was sofort der sitzenden lebensweise zugeschrieben wurde der vorsitzende war schon anscheinend von ssobakewitsch über den kauf unterrichtet weil er sofort unseren helden zu beglückwünschen begann was den letzteren etwas verlegen machte umso mehr als er die beiden verkäufer ssobakewitsch und manilow mit jedem von denen er das geschäft unter vier augen abgeschlossen hatte nun einander gegenüberstehen sah er dankte jedoch dem vorsitzenden und wandte sich gleich an ssobakewitsch mit der frage und wie ist ihr befinden gottlob ich kann mich nicht beklagen sagte ssobakewitsch und er durfte sich auch tatsächlich nicht beklagen viel eher könnte sich ein stück eisen erkälten und zu husten anfangen als dieser so wunderbar konstruierte gutsbesitzer ja sie waren immer als gesund und kräftig berühmt sagte der vorsitzende auch ihr seliger herr vater war ein kräftiger mann ja der pflegte allein gegen einen bären loszugehen antwortete ssobakewitsch mir scheint aber sagte der vorsitzende daß auch sie einen bären umwerfen könnten wenn sie gegen einen losziehen würden nein ich könnte keinen umwerfen antwortete ssobakewitsch mein seliger vater war doch kräftiger als ich er seufzte und fuhr fort nein heute sind die menschen ganz anders selbst wenn man mein leben betrachtet was ist das für ein leben es ist gar nicht so extra warum ist denn ihr leben nicht gut fragte der vorsitzende es ist gar nicht gut sagte ssobakewitsch und schüttelte den kopf urteilen sie selbst iwan grigorjewitsch ich habe schon meine fünfzig auf dem buckel und bin noch nie krank gewesen wenn ich doch wenigstens einmal halsschmerzen ein geschwür oder einen vorunkel gehabt hätte nein das bedeutet nichts gutes früher oder später werde ich das noch büßen müssen hier versank ssobakewitsch in melancholie ist das ein kerl dachten sich gleichzeitig tschitschikow und der vorsitzende worüber der sich beklagt ich habe einen brief an sie sagte tschitschikow indem er plushkins brief aus der tasche holte von wem denn fragte der vorsitzende nachdem er den brief entfaltet rief er aus ach so von plushkin der lebt noch immer auf der welt ist das ein schicksal was ist er doch für ein kluger und reicher mensch gewesen und jetzt ein hund sagte ssobakewitsch ein gauner hat alle seine leute verhungern lassen gerne gerne sagte der vorsitzende nachdem er den brief gelesen ich will gerne die vertretung übernehmen wann wollen sie den kaufvertrag abschließen jetzt oder später jetzt sagte tschitschikow ich möchte sie sogar bitten womöglich heute weil ich morgen schon die stadt verlasse ich habe die verträge und das gesuch mitgebracht das ist alles sehr schön aber wir werden sie nicht so bald fortreisen lassen die kaufverträge werden heute erledigt doch sie müssen noch einige zeit bei uns verleben gleich gebe ich den befehl mit diesen worten öffnete er die türe der kanzleistube die voller beamten war diese schwärmten wie fleißige bienen um ihre waben wenn nur der vergleich der bienenwaben mit den kanzleiakten angängig wäre ist iwan antonowitsch hier er ist hier antwortete eine stimme aus dem innern des zimmers schickt ihn mal her der den lesern schon bekannte iwan antonowitsch mit dem kannenmaul erschien im sitzungssaal und machte eine respektvolle verbeugung hier iwan antonowitsch nehmen sie mal alle kaufverträge dieses herrn vergessen sie nicht iwan grigorjewitsch fiel ihm sobakewitsch ins wort daß auch zeugen notwendig sind wenigstens zwei für jede partei lassen sie mal gleich den staatsanwalt kommen er ist ein müßiger mensch und sitzt wohl zu hause alles besorgt für ihn sein faktotum solatucha der größte dieb in der welt auch der inspektor der medizinalverwaltung ist ein müßiger mensch und sitzt wohl zu hause wenn er nicht irgendwo hingefahren ist um karten zu spielen es gibt auch viele leute die näher wohnen truchatschewski birguschkin die fallen nur der erde zur last gewiß gewiß sagte der vorsitzende und schickte sofort einen kanzleidiener um alle die zeugen herbeizuschaffen ich möchte sie noch bitten sagte tschitschikow den bevollmächtigten einer kutsbesitzerin kommen zu lassen mit der ich gleichfalls ein geschäft abgeschlossen habe es ist der sohn des protopopen pe kirill er ist hier bei ihnen angestellt gewiss wir wollen auch ihn holen lassen sagte der vorsitzende es soll alles geschehen den beamten bitte ich sie aber nichts zu geben meine freunde brauchen nichts zu zahlen nach diesen worten erteilte er iwan antoniewicz irgendeinen befehl der diesem offenbar sehr missfiel die verträge machten auf den kammervorsitzenden anscheinend einen guten eindruck umso mehr als er sah dass die gesamtsumme beinahe hunderttausend rubel ausmachte einige minuten lang blickte er tschitschikow mit dem ausdrucke höchster zufriedenheit in die augen und sagte schließlich so 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 geht es pawel iwanowitsch so haben sie also einiges erworben ja ich habe mir einiges erworben antwortete tschitschikow ein gutes werk wirklich ein gutes werk ja ich sehe selbst dass ich ein besseres werk gar nicht habe unternehmen können wie dem auch sei der lebenszweck eines menschen ist nur dann bestimmt wenn er auf festem grunde und nicht auf irgendeiner freigeistigen schimäre der jugend fußt bei dieser gelegenheit tadelte er und mit recht alle jungen leute für ihre liberale gesinnung merkwürdigerweise klangen aber diese seine worte etwas unsicher wie wenn er sich dabei dächte tu lügst mein bester und nicht zu knapp er vermied sogar sopakiewitsch und manilow anzublicken da er in ihren gesichtern etwas zu lesen fürchtete seine furcht war aber unbegründet sopakiewitsch zuckte mit keiner wimper und schüttelte nur von tschitschikows worten bezaubert billigend den kopf und nahm dabei den ausdruck eines musikliebhabers an welcher hört wie eine sängerin die geige übertönt und einen so hohen ton von sich gibt wie ihn selbst keine vogelkehle hervorbringen kann warum wollen sie dem iwan grigorjewitsch nicht sagen bemerkte sopakiewitsch was sie erworben haben und warum fragen sie ihn nicht iwan grigorjewitsch worin seine erwerbungen bestehen was das für leute sind ich sage ihnen das reinste gold ich habe ihm ja den wagenbauer michejev verkauft tatsächlich auch den michejev sagte der vorsitzende ich kenne den wagenbauer michejev er ist ein wunderbarer meister er hat mir einmal eine droschke umgearbeitet aber gestatten sie sie haben mir doch selbst gesagt er sei gestorben wer michejev gestorben sagte sopakiewitsch ohne die fassung zu verlieren sein bruder ist gestorben er aber ist munter und fidel dieser tage hat er mir einen wagen gebaut wie man ihn nicht mal in moskau herstellen kann im grunde genommen hätte er nur für den kaiser arbeiten sollen ja michejev ist ein wunderbarer meister sagte der vorsitzende und ich wundere mich sogar dass sie sich von ihm haben trennen können als ob es michejev allein wäre und der zimmermann stepan probka der ofensetzer miluschkin der schuster maxim teljadnikov alle sind weg alle habe ich verkauft und als der vorsitzende ihn fragte warum er diese im hauswesen so notwendigen leute verkauft habe winkte sopakiewitsch mit der hand und sagte es war so eine dumme laune von mir ich will sie verkaufen sagte ich mir und verkaufte sie aus bloßer dummheit darauf ließ er seinen kopf hängen als ob er die sache wirklich bereute und fügte hinzu da habe ich schon graues haar bin aber immer noch nicht gescheiter geworden aber gestatten sie pawel iwanowitsch fragte der vorsitzende wie kaufen sie die bauern ohne land etwa zwecksübersiedlung ja zwecksübersiedlung das ist freilich eine andere sache und wo sollen sie hin ins chersonna gouvernement oh dort ist ein vorzügliches land sagte der vorsitzende und äußerte sich sehr lobend über den dortigen graswuchs und haben sie auch genügend land genügend gerade so viel als ich für die gekauften bauern brauche ist dort ein fluß oder ein teich ein fluß es gibt übrigens auch einen teich nach diesen worten blickte tschitschikow zufällig sopakiewitsch an obwohl dessen gesicht noch immer unbeweglich war glaubte tschitschikow darin zu lesen gott wie du lügst es gibt dort wohl weder einen fluß noch einen teich noch das land selbst während dieser gespräche erschienen ein zeuge nach dem anderen der dem leser schon bekannte staatsanwalt mit dem blinzelnden auge der inspektor der medizinalverwaltung truchaczewski bieguschkin und die sonstigen leute die nach sopakiewitschs worten bloß der erde zur last fielen viele von ihnen waren tschitschikow gänzlich unbekannt die noch fehlenden zeugen wurden dem personal der zivilkammer entnommen man schaffte nicht nur den sohn des protopopen piekiril herbei sondern auch den protopopen selbst ein jeder von diesen zeugen malte seine unterschrift mit allen seinen titeln und auszeichnungen hin der eine in steiler der andere in schräger schrift ein dritter setzte die buchstaben beinahe auf den kopf und gebrauchte buchstaben die man im russischen alphabet kaum je gesehen hat der bekannte iwan antonowitsch machte die sache sehr schnell die verträge wurden verzeichnet datiert ins buch und wo es sich sonst noch gehört eingetragen für die anzeige im amtsblatte wurde das halbe prozent erhoben und tschitschikow hatte nur eine kleinigkeit zu bezahlen der präsident gab sogar befehl von ihm nur die hälfte der vorgeschriebenen gebühr zu erheben während die andere hälfte auf eine unerklärliche weise von einem anderen gesuchsteller getragen werden musste so sagte der vorsitzende jetzt bleibt uns nur noch übrig den kauf zu begießen sehr gern sagte tschitschikow wollen sie mir nur den zeitpunkt angeben es wäre auch sünde meinerseits wenn ich einer so angenehmen gesellschaft nicht ein paar flaschen schaumwein spendierte nein sie haben mich missverstanden den schaumwein wollen wir selbst spendieren sagte der vorsitzende das ist unsere pflicht und schuldigkeit sie sind unser gast wir müssen sie bewirken wissen sie was meine herren wir wollen uns nicht lange den kopf zerbrechen und sofort zum polizeimeister gehen er ist doch ein wahrer wundertäter er braucht nur mit dem auge zu zwinkern wenn er an den fischläden oder den weinhandlungen vorbeigeht und wir haben sofort das schönste frühstück bei dieser gelegenheit wollen wir auch eine kleine partie whist spielen auf diesen vorschlag konnte niemand nein sagen die zeugen spürten schon bei der bloßen erwähnung der fischläden appetit alle griffen sofort nach ihren mützen und hüten und die amtshandlung war zu ende als sie durch die kanzlei gingen sagte iwan antonowitsch mit dem kannenmaul mit einer höflichen verbeugung leise zu tschitschikow sie haben für hunderttausend rubel bauern gekauft und mir für meine mühe nur einen fünfundzwanziger gegeben was sind das auch für bauern antwortete ihm tschitschikow ebenso leise schlechtes unbrauchbares volk sie sind nicht mal die hälfte davon wert iwan antonowitsch begriff dass der besucher einen festen charakter hatte und nichts mehr geben würde und was haben sie dem pluschk ihn für die seelen bezahlt flüsterte ihm sabakewitsch ins andere ohr und warum haben sie den worabier mit eingetragen antwortete ihm darauf tschitschikow was für einen worabier fragte sabakewitsch nun das frauenzimmer jelisawieta worabier aus der sie einen jelisawiet gemacht haben ich habe keinen worabier eingetragen sagte sabakewitsch und gesellte sich zu den anderen gästen endlich erreichten die gäste in einem großen haufen das haus des polizeimeisters der polizeimeister war in der tat ein wundertäter sobald er von der sache hörte rief er sofort den revieraufseher einen flinken burschen in lackstiefeln herbei und flüsterte ihm höchstens zwei worte ins ohr denen er nur noch hinzufügte verstehst du infolgedessen erschienen im nächsten zimmer während die gäste ihren whist spielten auf dem tische weißlachs störe salm presskaviar malassolkaviar heringe geräucherte fische käse aller sorten geräucherte zungen und störrücken dies alles hatte der fischmarkt beigesteuert dann kamen noch die spenden des hausherrn und die erzeugnisse seiner küche eine pastete mit den knorpeln und dem kopf eines neuen putschweren störes eine andere pastete mit schwemmen ferner butterbrezeln pastetchen und quarkkuchen der polizeimeister war gewissermaßen der vater und wohltäter der stadt er bewegte sich unter den bürgern wie in eigener familie und besuchte ihre läden und geschäfte wie seine eigene speisekammer überhaupt fühlte er wie man so sagt seinen platz durchaus aus und hatte sein amt vollkommen erfasst es war schwer zu sagen ob er für sein amt oder sein amt für ihn geschaffen war er packte die sache so geschickt an daß er doppelt so viel einnahmen als alle seine vorgänger hatte dabei aber die liebe der ganzen stadt genoß vor allem liebten ihn die kaufleute weil er so gar nicht stolz war er hob ihre kinder aus der taufe stand bei ihnen gevatter schröpfte sie zwar zuweilen erbarmungslos machte das aber außerordentlich geschickt er klopfte dabei einen freundlich auf die schulter lachte oder traktierte ihn mit tee versprach zuweilen zu einer partie dame zu kommen und erkundigte sich nach allem wie die geschäfte gingen wenn er hörte daß ein kind erkrankt sei empfahl er eine arznei mit einem worte ein braver kerl wenn er in seiner drosch gefuhr um nach der ordnung zu sehen rief er dem einen oder dem anderen zu nun wie ist es micheic wollen wir unsere partie nicht einmal zu ende spielen ja alexei iwanowitsch antwortete jener die mütze ziehend das sollten wir nun bruder ilja paramonitsch besuch mich doch mal und sieh dir meinen traber an spann auch den deinigen in den rennwagen wir wollen mal um die wette fahren der kaufmann der auf seinen traber ganz versessen war lächelte besonders aufgeräumt strich sich den bart und sagte wir wollen es mal versuchen alexei iwanowitsch selbst alle ladenangestellten die so einem gespräch mit entblößten köpfen beiwohnten blickten einander vergnügt an als wollten sie sagen alexei iwanowitsch ist doch ein guter mensch mit einem worte er hatte die größte popularität erworben und die kaufleute waren von ihm der meinung alexei iwanowitsch schröpft zwar gehörig verrät aber einen nicht als der polizeimeister sah dass der tisch fertig gedeckt war schlug er den gästen vor den whist nach dem frühstück zu ende zu spielen und alle begaben sich in das andere zimmer aus dem schon längst ein geruch drang der die nasen der gäste auf die angenehmste weise kitzelte und in das sapakewitsch schon längst durch die türe hineingeschaut wobei er einen auf einer großen platte etwas abseits liegenden stör ins auge gefasst hatte die gäste tranken je ein gläschen von einem dunklen olivgelben schnaps von der farbe wie sie nur bei gewissen sibirischen halbedelsteinen vorkommt aus denen man in russland petschaften zu machen pflegt traten dann mit gabeln bewaffnet von allen seiten an den tisch und begannen wie man so sagt ihre charaktere und neigungen zu zeigen indem der eine sich auf den kaviar der andere auf den salm und der dritte auf den käse verlegte sapakewitsch schenkte allen diesen kleinigkeiten nicht die geringste beachtung und machte sich gleich an den stör heran während die anderen sprachen verzehrte er ihn in etwas mehr als einer viertelstunde vollständig so daß als der polizeimeister sich des fisches erinnerte und mit den worten und was sagen sie zu diesem naturprodukt meine herren mit einer gabel bewaffnet und von den anderen begleitet an die fischplatte herantrat von dem naturprodukt nur noch der schwanz übrig geblieben war sapakewitsch tat aber so als ob er mit der sache nichts zu tun hätte trat vor einen etwas abseits stehenden teller und begann mit der gabel in einem winzigen gedörrten fischchen herumzustochern nachdem er mit dem stör fertig geworden setzte sich sapakewitsch in einen sessel aß und trank nichts mehr sondern kniff nur die augen zusammen der polizeimeister schien mit den weinen nicht zu geizen die toaste wollten gar kein ende nehmen der erste toast galt wie die leser vielleicht selbst erraten haben dem neuen chersoner gutsbesitzer dann trank man auf das wohlergehen seiner bauern und auf deren erfolgreiche übersiedlung dann auf das wohl seiner künftigen schönen frau was unserem helden ein angenehmes lächeln entlockte man trat an ihn von allen seiten heran und suchte ihn zu überreden wenigstens noch zwei wochen in der stadt zu bleiben nein pawel iwanowitsch das geht wirklich nicht das hieß sie ja nur die stube kalt machen über die schwelle herein und gleich wieder hinaus nein sie müssen noch einige zeit mit uns verleben wir wollen sie auch verheiraten nicht wahr iwan gregorjewitsch wir werden ihn verheiraten gewiss werden wir ihn verheiraten stimmte der kammervorsitzende zu und wie sehr sie sich auch mit händen und füßen dagegen wehren wir verheiraten sie doch nein väterchen wenn sie schon einmal hergeraten sind so dürfen sie nicht klagen wir verstehen keinen spaß warum sollte ich mich mit händen und füßen wehren sagte tschitschikow lächelnd die heirat ist doch nicht eine solche sache wenn nur eine braut da wäre es wird auch eine braut da sein warum soll ich keine finden alles wird sich finden lassen was sie nur wünschen nun wenn sich eine finden läßt bravo er bleibt schrien alle vivat hurra babil iwanowitsch hurra und alle traten mit ihren gläsern auf ihn zu um mit ihm anzustoßen tschitschikow stieß mit allen an nein nein noch einmal riefen die keckerin und er stieß mit ihnen zum zweitenmal an dann wollten sie noch zum drittenmal anstoßen und er stieß auch zum drittenmal an in ganz kurzer zeit bemächtigte sich aller eine außerordentlich lustige stimmung der kammervorsitzende der in heiterem zustande ein wirklich netter mann war schloss tschitschikow einige mal in die arme und sagte mit herzlichem gefühl du mein herz mein mamachen er knipste sogar mit den fingern und tanzte um ihn herum wobei er das bekannte lied sang ach du hundesohn kamerinsky muschik nach dem champagner entkorkte man einige flaschen ungarwein der die stimmung noch mehr hob und die gesellschaft noch mehr erheiterte den whist hatte man vollkommen vergessen man stritt schrie und redete über alles mögliche über politik sogar über das kriegswesen und äußerte dabei höchst freiheitliche gedanken für die man zu einer anderen zeit seine eigenen kinder durchgeprügelt hätte man löste eine menge höchst schwieriger fragen tschitschikow hatte sich noch nie so lustig gefühlt er kam sich tatsächlich als ein khersoner gutsbesitzer vor sprach von allerlei reformen von der dreifelderwirtschaft vom glück und der seligkeit zweier seelen und fing an sabakewitsch eine epistel werthers an charlotte in versen zu deklamieren wozu jener in seinem sessel sitzend nur schwer die lieder bewegte da er nach dem störrecht schläfrig geworden war tschitschikow merkte auch selbst daß er sich zu sehr gehen ließ bat um eine equipage und bekam die droschke des staatsanwaltes der kutscher des letzteren war wie es sich unterwegs zeigte ein erfahrener bursche er lenkte das pferd nur mit einer hand während er mit der anderen hinter seinem rücken den fahrgast festhielt so erreichte er mit der droschke des staatsanwaltes seinen gasthof wo ihm noch lange allerlei unsinn auf die zunge kam eine blonde braut mit roten backen und einem grübchen auf der rechten khersoner besitztümer und kapitalien selifan bekam von ihm sogar den auftrag alle neu angesiedelten bauern zu versammeln und namentlich aufzurufen selifan hörte ihm sehr lange schweigend zu verließ dann das zimmer und sagte zu petruschka geh kleide den herrn aus petruschka begann ihm die stiefel auszuziehen und zog mit ihnen beinahe auch den herrn selbst auf den boden herunter die stiefel waren schließlich ausgezogen der herr entkleidete sich ordentlich drehte sich zuerst einige mal auf seinem bette das unter ihm unbarmherzig knarrte hin und her und schlief bald als überzeugter khersoner gutsbesitzer ein petruschka trug indessen die hose und den frack von preiselbeerfarbenem tuch mit glanz in den korridor hinaus breitete sie auf dem hölzernen kleiderhalter aus und begann mit einem klopfer und einem besen drauf zu hauen so dass der ganze korridor sich mit staub füllte im begriffe die kleider vom halter herunter zu nehmen blickte er von der galerie hinunter und sah selifan der eben aus dem stalle kam ihre blicke trafen sich und sie verstanden sich sofort ohne worte der herr ist schlafen gegangen also könnte man irgendwo hineinschauen petruschka brachte sofort den frack und die hose aufs zimmer kam zu selifan hinunter und die beiden machten sich auf den weg unterwegs sprachen sie nicht vom ziele ihrer reise sondern schwatzten von allerlei gleichgültigen dingen der spaziergang war recht kurz sie gingen nur über die straße zu einem hause das dem gasthof gegenüber stand und traten durch eine niederer verrauchte glastüre in einen kellerraum wo hinter einfachen tischen bereits allerlei leute saßen mit bart und ohne bart in schafspelzen in hemden und auch in friesmänteln was selifan und petruschka hier trieben weiß gott allein als sie aber nach einer stunde wieder herauskamen hielten sie sich untergefasst sprachen kein wort und erwiesen einander an jeder ecke besondere aufmerksamkeit hand in hand ohne einander loszulassen stiegen sie dann eine geschlagene viertelstunde die treppe hinauf und langten endlich oben an petruschka stand eine minute lang vor seinem niederen bett und überlegte sich wie er sich wohl am besten hinlegen könnte schließlich legte er sich quer über das bett so dass seine füße gegen den fußboden stießen auch selifan legte sich auf dasselbe bett den kopf auf petruschkas bauch und schien ganz vergessen zu haben daß er gar nicht hier sondern vielleicht in der gesindestube oder gar im stalle bei den pferden hätte schlafen sollen beide schliefen augenblicklich ein und erhoben dabei ein sonores geschnarche das der herr aus seinem zimmer mit einem feinen pfeifen durch die nase begleitete bald wurde alles still und der gasthof versank in tiefen schlaf nur in einem kleinen fenster brannte noch licht hier wohnte der leutnant aus rezan der offenbar großer liebhaber von stiefeln war denn er hatte sich bereits vier paare bestellt und probierte nun unermüdlich das fünfte einige mal trat er ans bett um die stiefel auszuziehen und sich hinzulegen brachte es aber nicht übers herz die stiefel waren in der tat wunderbar genäht und lange hob er noch das bein in die höhe und betrachtete den herrlich gearbeiteten absatz ende von abschnitt 14 gelesen von eva k 1 1 1 2 3 4 6 5